TUM Ölhydraulische Antriebe. Qualität made in Germany. 1963, von Herrn Heinz TUM gegründet, ist TUM Ölhydraulische Antriebe heute einer der besten Adressen für Rotatoren und Drehdurchführungen für Hydraulikgreifer. In- und ausländische Patente, Zertifizierung nach DIN ISO 2008, sowie die Tatsache, dass sich die TUM Anschlussmaße von Loch, Bild und Zapfen international durchgesetzt haben, sind nur einige Beweise für die TUM Leistungsfähigkeit. Erfahrung ist der Motor für überzeugende Produkte. Denn TUM hat den Dreh raus, für greifbare Ergebnisse. TUM Rotatoren gibt es in einer Vielzahl an Ausführungen, für jeden Typ. Und TUM Rotatoren können sowohl axial als auch radial angebaut werden. Die TUM Standard Rotatoren. Sie kommen vor allem zum Einsatz, wenn Langlebigkeit gefragt ist. Sind also ideal bei LKW-Ladegeräten, Verladegeräten, Hydraulikbaggern, Forstmaschinen mit Greifersäge, Staplern und vielen weiteren Anwendungen. Die TUM Einbauratoren. Die robuste Lösung. Zu Recht der Klassiker. Ideal für Holz- und Schrottgreifer, sowie Hydraulikbaggern. Die TUM Kompaktrotatoren. Technik, die überzeugt. Perfekt, wenn Kraft gefragt ist. Sogar bei Axialbelastung von bis zu 40 Tonnen. Ideal für Holzgreifer und Hydraulikbaggern mit Abbruch- und Sortiergreifer. Überall dort, wo eine geringe Einbauhöhe gefragt ist. Fellbach-Öffingen bei Stuttgart. Hier wird täglich mit Innovationskraft an neuen TUM Produkten gearbeitet. Durch den Einsatz modernster Maschinenparks kann TUM wirtschaftlich produzieren. Wichtigstes Potenzial sind aber die Mitarbeiter. Hier kann auf langjährige Erfahrung und Know-how zurückgegriffen werden. Und bei TUM finden Sie immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Wünsche. Dynamik und Flexibilität zeichnen TUM aus. Dies spiegelt sich auch in unserem erstklassigen Service wieder. TUM ist in der Lage, innerhalb weniger Stunden Reparatur und Servicearbeiten im Werk zu erledigen. Ein gut sortiertes Lager sowie ein großer Vorrat an Originalersatzteilen und Tauschgeräten bilden dabei die Basis für eine rasche und individuelle Kundenbetreuung. Mit diesen Produkten haben auch Sie den Drehhaus. Für greifbare Ergebnisse made in Germany. TUM ölhydraulische Antriebe im Fellbach-Öffingen bei Stuttgart. Taguzi Parameter PL politiker TUM 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 TTUM TUM 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 TUM